Moin Moin, fettes Hallo an diesem wunderschönen Montag und jetzt ein kleines Infovideo, nämlich ich habe neue Uploadzeiten, ab sofort kommen mal wieder, also sind immer noch drei Videos in der Woche, aber sie kommen montags, mittwochs und freitags ab sofort und dann wann sie genau kommen, also am Montag und Mittwoch weiß ich es, da kommen sie immer um 16 Uhr, wie immer. Aber am Freitag, da bin ich mir noch unsicher, wie ich das genau mache, vielleicht kommt es spät abends um 21 Uhr, vielleicht kommt es auch um 14 Uhr mittags, ich weiß es noch nicht ganz genau. Auf jeden Fall, heute jetzt gleich, also so ein paar Minuten später um 16 Uhr kommt Rundum die Welt, müsst ihr euch angucken, Mexiko diesmal dabei, ich habe es jetzt verraten, scheiße. Und am Mittwoch und Freitag kommt dann eine neue Serie, nämlich eine Road to Glory, aber mehr dazu möchte ich jetzt auch nicht sagen. Wir sehen uns gleich in meinem Video oder bis irgendwann. Auf jeden Fall, Servus, macht's gut und ciao!